Und live im ZIP2-Studio begrüße ich jetzt den FPÖ-Bundesparteivorsitzenden Heinz-Christian Strache. Guten Abend. Grüß Gott. Herr Strache, wir haben in den vergangenen Wochen alle eine extrem aufgeheizte Stimmung in Österreich erlebt. Das kann niemand wirklich als angenehm oder schön empfunden haben. Trotzdem war es doch heute sehr überraschend, dass Sie, der Sie für Ihre kantige, scharfe Wortwahl, muss man sagen, bis über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt sind, zur Abrüstung der Worte aufgerufen haben. Ist das jetzt ein neuer Stil? Es war notwendig, denn wenn man erlebt, dass die unterschiedlichsten Gruppen auf meiner Facebook-Seite, sowohl Anhänger von Van der Bellen, aber auch Anhänger von Hofer und der Freiheitlichen Partei, sich gegenseitig auf einem sehr, sehr tiefen Niveau dort begegnen und da jeglichen Respekt vermissen lassen voreinander, da muss man dann auch entsprechend zur Mäßigung und Ruhe aufrufen. Weil ich sage, bei allen Unterschieden der inhaltlichen Positionen, der Wertvorstellungen, ist es trotzdem wichtig, respektvoll miteinander umzugehen. Und ich sage, was wir auf Facebook heute erleben, man stelle sich vor, es wäre umgekehrt ausgegangen, wenn Hofer heute knapp vorne gelegen wäre. Dann hätten wir wahrscheinlich befürchten müssen, dass, wie beim Akademikerball, der schwarze Block die Straßen blockiert und entsprechend die Straßen unruhig macht. Gut, das ist jetzt Ihre Interpretation, wir bleiben aber noch kurz bei Facebook. Ich schaue da öfter mal auf Ihre Seite. Sie schreiben da sehr, sehr viel. Heute war vom Respekt gegenüber der Demokratie die Rede, vom Respekt gegenüber Kandidaten. Da meinen Sie wohl Van der Bellen, weil Respekt gegenüber Hofer hat es in den vergangenen Wochen wahrlich nicht gemangelt. Sie haben Besonnenheit und Mäßigung eingefordert. Ich habe sowas noch nie gehört. Was ist denn da seit gestern passiert? Nein, es hat einfach solche Beschimpfungen gegeben. Das war ja vorher auch schon so. Nein, auf der Ebene nicht. Was wir erlebt haben am Wahlsonntag und am Montag, dass die Menschen nicht politikverdrossen sind, dass sie eine große Hoffnung gehabt haben, auch hier ein neues Amtsverständnis zu erreichen, mit Norbert Hofer hier auch eine Kontrolle der Regierung möglich zu machen, auch verbindliche Volksabstimmungen. Da sind dann viele Menschen natürlich sehr enttäuscht gewesen. Und da ist die Menschen dann teilweise auch über mehrere Ungereimtheiten erfahren haben, dass in Weidhofen an der Yps ein Wahlsprengel mit 146 Prozent Stimmen aufgetaucht ist. Oder am Wahlsonntag schon eine Veröffentlichung des Innenministeriums auf der Internetseite aufgetaucht ist, wo man sich schon präsentiert hat, die Wahlkartenauszählung, Stimmen bekannt zu geben, ohne dass die ausgezählt worden sind. Oder drittens, am Wahlsonntag in der Zeit im Bild 2 der oberste Wahlleiter davon spricht, dass 740.000 Briefwahlkarten noch vorhanden sind, davon wahrscheinlich 700.000 gültig sind. Und am Ende sind es 766.000 gültige. Dann ist das etwas, wo viele einen Vertrauensverlust erleben mussten, weil sie sich fragen, wie viele Pannen sind da passiert und wie viele gibt es noch? Wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, Sie haben auf Ihrer Facebook-Seite in der Nacht von Sonntag auf Montag den Verdacht geäußert, dass da irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugehen könnte, so wie Sie es jetzt auch wieder getan haben. Dieses Posting haben Sie aber gelöscht. Warum löschen Sie das, wenn Sie ohnehin diese Zweifel haben? Sie haben sicherlich gut recherchiert und haben heute gerade aufgrund Ihrer guten Recherche dargelegt, dass ich zur Mäßigung aufgerufen habe, wo ich auch erklärt habe, dass alle Beiträge, wo es zu diesen Untergriffen gekommen ist, von mir gelöscht werden, weil ich einfach nicht die tausenden Kommentare prüfen konnte. Und das wäre zu viel gewesen. Deshalb auch die Verkürzung, indem ich dann die Artikel heruntergenommen habe und damit auch diese ungeheuerlichen gegenseitigen Beschimpfungen gelöscht habe. Gut, dann kommen wir zu Ihren Zweifeln. Werden Sie die Wahl anfechten oder akzeptieren Sie Alexander Van der Bellen jetzt als Bundespräsident? Es ist das demokratische Ergebnis zu respektieren. Es gibt viele Hinweise von Seiten der Bevölkerung, die jetzt auch überprüft werden von neutraler, unabhängiger Stelle, wo wir Juristen auch gebeten haben, das zu tun. Und das gilt es zu bewerten, denn wir haben drei maßgebliche Pannen in der Öffentlichkeit bereits erwähnt. Und die Frage stellt sich, wie können solche Pannen passieren? Da geht es um ein paar tausend Stimmen in Weidhofen an der Yps. Da geht es um 60.000 Briefwahlkarten, wo man sich von der ZIB 2 am Wahlsonntag bis hin zur Auszählung offenbar geirrt hat als oberster Wahlleiter. Da geht es um Dinge, die natürlich zu Fragen führen, was ist da noch am Pannen passiert? Und das wollen die Menschen nicht, weil sie sagen Demokratie und Rechtsstaat. Da muss man sich darauf verlassen können. Und das wollen wir auch sicherstellen. Gut, diese Fragen haben wir an sich schon beantwortet in der ZIB 2. Sie haben ja selber gesagt, Sie haben das gesehen. Meine Frage ist jetzt, wem misstrauen Sie eigentlich? Den vielen Freiwilligen, die sich in ihrer Freizeit unentgeltlich für Demokratie engagieren? Oder ist es das Innenministerium? Wer genau ist das? Und ich muss auch noch dazu fügen, es gibt in ganz Österreich mehr als 10.000 freiheitliche Wahlbeisitzer. Die achten doch darauf, das alles mit rechten Dingen zu gehen. Ich misstraue grundsätzlich niemandem, aber ich glaube durchaus, dass wenn Bürger Wahrnehmungen haben und hier auch Berichte und Belege dazu bringen, dass man die zu prüfen hat. Aber das sagen Sie nach jeder Wahl. Und Sie haben es noch nie, eine Wahl angefochten. Sie haben auch nach der Wiener Landtagswahl gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Selbstverständlich. Wir haben in Bezirk Leopoldstadt, wo 80 Wahlkarten verschwunden sind. Verschwunden sind. Dem Verfassungsgerichtshof angeworfen. Eine ganze Wahl beim Verfassungsgerichtshof angeworfen haben Sie noch nie. Herr Schanze, Sie wissen, dass das ja nicht leicht ist. Auch da werden Sie recherchiert haben. Und wenn man eine Wahl anfechten will, so muss man belegen können, dass bis zu 15.000 Stimmen, das muss man belegen können. Wahrscheinlich mittels Missbrauch gefälscht werden oder verändert werden kann. Das heißt nicht nur reine Verdachtsmomente, nicht nur Indizien. Man muss wirkliche Belege liefern. Das ist nicht so einfach. Bei den vielen Hinweisen, die wir bekommen, die prüfen wir. Und ich sage, das ist notwendig. Man muss sie prüfen. Und wenn, dann müssen wir schon auch über das Wahlsystem und auch das Wahlrecht reden. Denn natürlich, wenn man heute die Briefwahl hernimmt, da gibt es Missbrauchsmöglichkeiten. Und das wurde sogar von internationalen Behörden kritisiert, die zu Recht hier sagen, da muss sich etwas ändern. Es kann nicht sein, dass man Wahlkarten beantragen kann, ohne dass man das überprüft, ob das auch die richtige Person ist. Es ist auch die geheime Wahl nicht sichergestellt. Wir haben hier einige Szenarien schon gehabt in Österreich, wo in Vereinen Wahlkarten eingesammelt worden sind und dann für Mitglieder ausgefüllt wurden. Nein, das sind keine Verschwörungstheorien, das sind Realitäten, die in Österreich aufgedeckt wurden. Gut, aber werden Sie anfechten oder nicht? Das habe ich Ihnen erklärt. Sie schauen einmal, haben Sie gesagt. Es werden die unzähligen Hinweise, die wir bekommen haben, von unabhängigen Juristen geprüft. Und wenn da Fleisch am Knochen ist, dann wird man das zu bewerten haben. Wir werden keine Anfechtung des Anfechtungswillens machen, weil wir sagen, wir wollen das anfechten. Nein, wenn, muss wirklich der Grund so nachhaltig sein, dass man sagt, da ist Demokratie und Rechtsstaat nicht entsprechend gesichert. Okay, das heißt, wenn Sie nicht anfechten können, können Ihre Wählerinnen und Wähler sicher sein, anders als jetzt offenbar, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Dann kann man nicht beweisen, dass es Manipulation gegeben hat. Wir haben in den vergangenen Tagen oft gehört und gelesen von einem gespaltenen Land. Die Bild-Zeitung schreibt heute sogar von einem kalten Bürgerkrieg. Wenn Ihnen Österreich so am Herzen liegt, wie Sie sagen, kann Ihnen das ja nicht gefallen. Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, was wird Ihr Beitrag dazu sein, dass diese Spaltung in Österreich überwunden wird, dass diese viel zitierten Brücken geschlagen werden? Dass eben nicht solche Aussagen wie heute von führenden österreichischen Persönlichkeiten passieren können und dürfen. Ich sage, das trägt viel zu weiteren Spaltungen bei. Wovon sprechen Sie jetzt? Ich spreche einerseits von der Aussage des neuen Bundeskanzlers, der unseren Achterland Ungarn wirklich wieder einmal in einer Art und Weise beleidigt hat und als Führerstaat bezeichnet. Das ist ungeheilig. Aber was hat das mit Österreich jetzt zu tun? Gräben, die aufgerissen werden gegenüber unserem Nachbarland und gleichzeitig hätte ich mir hier schon mannende Worte auch des Bundespräsidenten erwartet. Und nicht so wie heute in deutschen Medien, wo er sagt, er wird gleich wie eine Wahl ausgeht, der freiheitlichen Partei nie einen Regierungsverhandlungsauftrag geben. Das ist nicht seine Aufgabe. Der Wähler gibt einen Regierungsverhandlungsauftrag aufgrund einer demokratischen Wahl. Und das ist, glaube ich, wichtig zu erkennen, dass wenn man Gräben auch wirklich zuschütten will, dann hat man den Wählerwillen, das demokratische Wahlrecht und Ergebnisse zu respektieren. Und dann hat man auch die Wähler nicht zu beschimpfen, nicht als dumm zu bezeichnen und schon gar nicht als Antidemokratisch. Lassen Sie mich das kurz aufklären. Sie sprechen ein Interview an mit Alexander Van der Bellen, das in der deutschen ARD-Sendung Tagesthemen ausgestrahlt wird und erst jetzt in wenigen Minuten startet. Bleiben Sie bitte trotzdem bei uns. In diesem Interview sagt er, es geht nicht um persönliche Abneigung der FPÖ gegenüber, es geht um die Haltung gegenüber Europa und um das Liebäugeln mit Renationalisierung. Jetzt ist das nichts Neues. Sie haben nichts anderes von Alexander Van der Bellen in diesem Wahlkampf gehört. Warum regt Sie das jetzt so besonders auf? Er hat also gestern den Eindruck vermittelt bei seiner Antrittsrede, wenn man so will, als designierter Bundespräsident, dass es da zwei Hälften gibt. Und dass beide Hälften gleich wichtig sind. Und wenn man das ernst meint, dann muss man das auch entsprechend mit Leben erfüllen. Dann kann man nicht sagen, es interessiert mich nicht, wie eine Wahl ausgeht, wie stark eine politische Kraft demokratiepolitisch gewählt wird. Und dann werde ich mich dem gegenüber einfach verwehren. Das ist nicht seine Frage, die er zu entscheiden hat, das ist die Frage der Wähler bei Wahlen. Und Wähler entscheiden, ob sie eine Regierungsveränderung wollen, indem sie Parteien und deren inhaltlichen Kurs auch stärken und so stark machen, dass es eine Regierungsverantwortung geben kann. Gut, jetzt möchte ich noch zum Zustand Österreichs kommen. Van der Bellen sagt, er will auch ein Präsident für die Wähler von Norbert Hofer sein. Christian Kern sagt jetzt, er hat die Botschaft der Wählerinnen und Wähler von Norbert Hofer verstanden. Ich glaube, es ist eindeutig, alle in dem Land, denke ich doch, haben verstanden, dass eine ganz große Unzufriedenheit mit der bisherigen Politik am Tisch liegt. Sonst wäre es ja nicht möglich gewesen, dass ein freiheitlicher Kandidat und einer, der mal Bundesparteiobmann der Grünen war, in die Stichwahl kommt. Wir haben viel darüber gesprochen, was die Botschaft Ihrer Wähler, der Wähler von Norbert Hofer ist. Was ist eigentlich aus Ihrer Ansicht nach die Botschaft der Wähler von Alexander Van der Bellen? Was nehmen Sie da mit? Ich kenne die Analysen, die veröffentlicht worden sind von Meinungsforschungsinstituten. Und da wurde Hofer gewählt, weil man sein Amtsverständnis auch positiv sieht und auch direkte Demokratie auch umsetzen wollte im Amt. Und ich kenne das Hauptmotiv der Van der Bellen-Wähler, Hofer zu verhindern. Und das hat ja das gesamte politische verkrustete System ja zum Ausdruck gebracht. Es hat der ehemalige Bundeskanzler Feynman bis zum neuen Bundeskanzlerkern zum Ausdruck gebracht, dass man Van der Bellen unterstützen soll, drei ehemalige gescheiterte ÖVP-Obleute. Das kennen wir, wir reden ja über die Brücken. Aber das ist es ja, nein, das ist es ja. Na klar, dass heute das System froh ist, dass es knapp so ausgegangen ist, dass ein Kern mit Rot-Grün-Neos-Mehrheiten in Zukunft lieber eigentlich und hier Szenarien offenbar vorhat und entwickelt, statt die Wähler zu befragen, ob sie seinen Kurs unterstützen wollen. Ja, das ist Realität und Brücken muss man bauen. Aber was ist Ihre Brücke? Was ist Ihr Teil der Brücke? Endlich die Inhalte der Menschen ernst zu nehmen und nicht die Probleme der Menschen herunterzuspielen, nicht zu sagen, das ist nicht klar. Menschen werden als dumm bezeichnet. Wir verstehen, was die freiheitlichen Wähler wollen. Ich frage ja nur, verstehen Sie auch, was die grünen, roten, schwarzen, rosa Wähler wollen? Ja, offenbar ist das ein immer geringerer Anteil der Gesellschaft. Wenn wir heute erleben, dass... Sie sagen 50 Prozent. Ja, 50 Prozent, wo SPÖ, ÖVP, Grüne, Neos, Frau Gries, alle zusammen 50 Prozent erreichen. Und die freiheitliche Partei mit einem Kandidaten 50. Da müssen doch auch Sie eingestehen, dass in den letzten elf Jahren eine Partei von drei Prozent einen unglaublichen Zulauf und Erfolgsweg erhalten hat, weil die Menschen offenbar inhaltlich was ändern wollen. Und da geht es um die Probleme des Arbeitsmarktes, wo wir Rekordarbeitslosigkeit haben. Und dann die Menschen, wenn sie uns stärken, als dumm bezeichnet werden, weil sie in dem Bereich Initiativen erwarten, weil sie Steuersenkungen erwarten, Arbeitsplatzschaffen erwarten. Aber wir sind auch schon über unserer Zeit, Herr Strache. Über die Brücken werden wir noch weiterreden müssen. Ich bedanke mich fürs Kommen. Dankeschön.